Süfer, rock die Bude! Bei Netsplay Castlevania 3! Oh, ich hoffe, ich kann mal wieder das Feuerzeug austauschen gegen Eis-Attacke. Gehen wir mal hier rüber und... Junk! Junk! Haha! Na, stirb! Ich mag das nicht. Warum haben die Entwickler von Castlevania sich nicht ein bisschen bei Mario abgeguckt? Dass man auf die Gegner drausballern kann. Oh, ja! Da könnte das nicht ein bisschen länger eingefroren sein? Das wäre so schön! Nein! Oh, ja! Sehr gut! So, einsammeln, einsammeln! Und schneller und Bums machen! Zack! Oh, das ist... Nicht das gewusst! Bei der blöden Treppenpassage! Oh, gut, ich fress jetzt Schaden natürlich wie ein weißer Bär. Äh, Eisbär. Was ja auch irgendwo passend ist. So. Oh! Und Mops! Mops! Ja, auf! Auszuweichen! Haha! Oh, zack! Äh... Norris hat Haare, die schön sind. Äh, nein! Nein! Oh! Oh, habt ihr das gesehen? Das war Skeletor. Nicht Skeletor, sondern Skeletor. Geht die Treppe runter. Und sagt... T-Morph! Äh... Lass nicht die blöde Fledermaus auf deinen Scheißkopf fliegen. Nein, da kommt ja schon wieder eine. So. Und... Ach, das ist doch nicht wahr! Diese Scheiß Treppensteuerung! Mh! Oh, habe ich für das Sackige Geld ein. Ohne Ende kommt ja noch einer. Nein! Okay. Ach, das ist die Stelle. Springen! Lauf! Um... Nein! Wow! Das ist... Oh, da... Verdammt! Hm! Soll ich eine andere Steuerung ausdecken, verdammt? Äh... Nein! Ja! Ach, Gottchen! Jetzt bin ich voll am Arsch, Marie! Jung, 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 jung... Agora... Jetzt... Ja... Das ist meine Ehre gebietet. Ja, du, das Knappel muss es umnutzen. So, bitte hier nochmal irgendwo Eis drin sein. Ich komme auch da oben nicht hin, Mann. Na gut, jetzt habe ich auch keinen Grund mehr, mit Süfer hier rumzurennen. Und dann geht er wieder auf Simon. Trevor Belmond, natürlich. Aber der muss jetzt erstmal sein Peitschen-Upgrade sammeln. Oh, Fail. Fail. Nein. Schock, schock, schock. Stöten, stöten. Das hat doch keinen Sinn mehr. Kann ja mal ein Peitschen-Upgrade drin sein, danke. Damit mein Ding mal länger wird. So, und zock. Ja, und weiter. Jetzt sterbe ich, weil ich mit dem Scheißkopf ging. Egal, so. Okay, jetzt aber voller Ernst. Ja. Yours world is the man. Yours schroonke. Uuuuh. Uuuuh. Gott. Okay, das wird nix. Das wird nix. Uuuuh. Moment mal. Moment mal. Physikalische Scheiße. Physikalische Erklärung, bitte, Jungs. Sollte, na mit Tifa, äh, Tifa, ne, Süfer. Komm jetzt auf Tifa. Egal, der Name ist phonetisch ähnlich. Das wird Faili-Sone. Faili-Sone 1. Uuuuh. Uuuuh. Gut, jetzt werde ich mal kurz hier die weiße Schnauze auspacken. Okay, ab hier wird's schwer. Nein, ich war es vorher auch schon schwer, aber... Ja, sind Ihnen irgendwie noch besser so. Komm, hier. Knüppel. Und, erwarte mal, bis der Knabe kommt. Jo, Spuck. Und weg mit dir. Sehr gut. Das war immer noch den Vogel. Dunks. Und umhauen. Und Herz sammeln. Und den umhauen. Und Herz lassen wir mal da bleiben. Jetzt. Ruxa. Uuuuh. Das darf nicht wahr sein. Uuuuh. So, schon wieder so viele Lebenspunkte weg. Aber dafür hab ich Eis-Zauber leer. Eis-Rar. Eis-Gar. Oh Gott, jetzt schockt mir die Nase. Uuuuh. Apropos Eis-Rar und Eis-Gar. Uuuuh. Apropos verdammt nochmal. Besorg dir mal Eisenstiefel wie Link. Äh, besorg dir mal. Nuh. Nuh. So. Aus. Aus. Wie kann das sein? Moment, das hört man erst jetzt auf. Dass Süfers Knüppel aus der Hülle eine Stun-Wirkung hat. Er ist zwar schwächer, aber er stunnt die Gegner. Ja, sie können nichts machen, während sie Schaden erleiden. Ich mein, das könnte ja eigentlich mit ihr. Ich hab' ich da, ich hab' ich da, ich hab' ich da, ich hab' ich da. Da ist ja auch egal. Äh, ich lass' dir einfach mal hierher kommen. Ja, jetzt, mein Weg, geh' ich noch mal zurück. Ja, komm mal her, hier oben bin ich ja geschützt vor seine Axt. Komm her, braver Junge. Jawoll. Jetzt bist du ihn. Jetzt bin ich blöd. Ach, da. Und, nops, bums. Und die Axt ist noch aus dem Weg. Ach, Gott. Okay, das merken wir uns, dass das hier viel. Trevor. Äh. Nein. Boah. Brr. Tut mir leid, dein blöder Schuss hat mich total aus dem Konzept gebracht. Ach Gott, jetzt sterbe ich schon wieder. Okay, beim nächsten Mal werde ich dann sozusagen Schnitt machen, wenn ich wieder hier bin. Nur damit der Mist. Mann, hier unten. Nur drückt zum Dunken. Ach, okay. Der Schlag von Trevor. Ich hasse das, wenn sein Ding so kurz ist. Ach, da kann die Technik noch so gut sein. Ich kann einfach nicht mit zweien gleichzeitig damit fertig. Ach, Gott. Ich kann einfach damit nicht mit zweien gleichzeitig fertig werden. Wie im realen Leben halt. Sollte vielleicht nur den Knüppel aus dem Sack. Tussi. Ausweichen. Abwarten. Und jetzt auf die Nudel. Wie soll man da eigentlich oben hochkommen? Ach ja, mit einem anderen Charakter. Und jetzt hauen, 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 bis der Magenplatz, den er nicht mehr hat. So, das Video wird wahrscheinlich schon viel zu lang sein. Aber ich kann ja noch ein Video machen, bis die Pfoten einen kurzen Schnitt machen. So gucken wir jetzt, wie viel Zeit ich weiß noch habe. So, ich weiß es. Apropos haben, ich habe gar keine Ahnung. Äh, äh, äh. Verdammt, da kommt ja noch ein Schuss. Zack, zack, zack. Und bam, 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 bam. Stillpfatzke. So, gibt es hier irgendwo mal, vielleicht für mich, irgendwie ein Upgrade für Zauber? Das wäre schön. Nein, falscher Knopf. Okay, jetzt irgendwie hier lang. Oh, mach, 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 mach mal ab. So, jetzt aber. Boah, ey. Das schaffe ich noch irgendwie so. Zack. Und bevor ich, ich mache einen Schnitt und dann sehen wir uns an der Stelle wieder, weil ich wieder da ankommen sollte. So, Moment. Mööööööööp! Ach du Scheiße. Also die Scheiß-Steuerung bei den Treppen? Oh Gott, die scheiß Steuerung bei den Treppen ist so in Elend. Da könnte ich mal mit Süfer hier die Taktik super mega super Taktik ausprobieren. Was heißt ausprobieren? Machen halt. Und was passiert dann? Nichts. So, jetzt werde ich mal kurz wieder wechseln, damit ich diesen Typen vielleicht mal umbringen kann, weil ich auf der Treppe die scheiß Bonuswaffe nicht benutzen kann. Das ist Kacke. Ich fisch das auch. Auch. So, jetzt ganz langsam. Zack. Aha, jetzt haben wir ihn eingekommen. Nein, das will ich nicht haben. Nur jetzt warten wir mal. Eins, zwei, drei. Okay, dreimal. Eins, zwei, drei. Ui. 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 Aha, hab ich noch erwischt. Sehr gut. Ich glaube aber, die Eiswaffe ist bei Weitem nicht so gut gegen Bossgegner wie die Feuerwaffe. Aber die Feuerwaffe, ja gut, muss ich dann halt anders machen, sag ich mal. Gut, ich habe aber gerade keine Ahnung mehr, wie weit ist. Nein. Noch bis zum... Oh Gott. So, das ist jetzt wieder zu ein bekanntes Territorium für mich. Da will ich doch klappen, lieber wieder auf den Wüsten Tremor wechseln. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach Gott. So, umbringen. Nein, nicht leh stehen bleiben. Oh Gott. Uff. Oh Gott. Nein, ja. Ui. Oh. Norg. Ach du liebe Güte, Zwillinge. Geht ihr bitte mal. Oh, ja. Das ist, gefällt mir jetzt gerade aber mal gar nicht. Aha. Oh, haha. So, haha. Gut, dass ich ein ungesundiger Mensch bin. Okay, das war gerade eine Halluzination, dass mir irgendwie einer von unten in die untere Pröpa-Party reinjumpt. Ach dann, oh, nee, nee. Auch der Boss ist das. Oh, jetzt weiß ich es wieder. Ich mag. Ah, die, 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 hier ist aber. Oh. Okay. Bums, 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 okay. Schnell reagieren. Komme ich da ran? Okay. So, jetzt aber. Konzentration. Ah, mein Ding ist nicht lange genug. Habe ich ihm überhaupt schon Schaden, ui, gemacht? Nö. Scheiße. Ui. Wie mache ich das denn jetzt? Mit, hier, Mr. Bombastic. Nur wenn sie irgendwie runter oder hoch kommen, glaube ich. Wo kommt der jetzt? Ui. Oh, wenigstens mal ein Treffer. Ui, das könnte ein langer Kampf werden. Ui. Boah. Boah, war das gemein. Ui. No. Zock. Haha. Okay, das ist wenigstens mal eine Herausforderung, solange sie mich nicht einzwängen. Und. Oh, habe ich den hewig stehen? Habe ich den Kopf kleiner gemacht? Boah. Nein. Boah, du Drecks, mein. Äh. Ding halt. Mann, ich muss schon wieder die blöde Brücke. Ah. Das glaubst du nicht. Oh, Gott. Ich will die Feiermagie von Süfer haben. Das ist, äh, etwas Scheibe. Äh, einfacher. Okay. Okay. Bitte noch eine Peitscho-Längerung. Darf ich drum bitten? Ah. Aber ich fürchte, die werde ich nicht mehr kriegen. Oh, ja. Komm runter. Komm runter. Oh. Na, vielleicht soll ich mit dem Dolch arbeiten. Oder mal mit der Axt. Das wäre auch mal eine Mahf-Butnahme, oder? Boah. Ich mag den Boss einfach nicht. Ich hatte noch nie so Probleme gehabt gegen den. Noch ein nächster Versuch. Noch ein paar Leben haben wir, ja. Aber warum treffe ich den von hier aus nicht? Na, egal. Was soll's. Und, kriege ich den Namen? Yes. Gut. Dann bauen wir... Nein. Boah. Gut, dass sie da... Sch... Das ist ein Scherz, oder? Boah. Was für ein Kack-Boss. Ach, du Lebebüte. Ist mein letztes Leben. Auch toll. Oh, und den machen wir mal so kalt. Den... Mach mal irgendwie so. Scheiße. Scheiße. Boah. Boah. Gut, dass ich dann auf Zelle läuter. Sei, Lolita. Das sind aber knappe Dinger. Oh, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreiben soll. Äh... So. So. Okay. Wir machen mal so frei und... Schneller. Schneller. Spring. Äh... Zauberspruch. Nein, doch keiner. Okay, dann soll ich vielleicht da mal reingucken, wo ich eine... Kriege. Vielleicht kriege ich ja da die Feuermagie und... Also wenn Süfer... Das wäre nochmal eine Maßnahme. Yes, wei. 12 Herzen. Ja, mal gucken, ob ich jetzt trotzdem mal überlebe. Ähm... Okay, der muss dafür hoch genug sein. Und... Zum Beispiel so. Und wenn er jetzt runterkommt. So, dann ist gut. Dann ist gut. So. Aber ich könnte ihn auch von mir erwischen, weil die Feuermagie lang genug ist, sage ich. Ja, bitte nicht umbringen, bitte nicht umbringen. Liebe, liebe Freunde. Kommt mal bitte in Position, dass ich euch lynchen kann. So. Ja, ist so. Okay. Drückt mir die Daumen, Leute. Drückt mir die Daumen. Bitte. Verdammt. Ja, warte mal. Oh, okay. Drimme ich ihn? Yes. So, einmal noch einmal. Bitte. Zweimal noch mal nicht. Aber jetzt ist es jetzt nur noch einer. Oh, bitte, 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 bitte. Und, und, und. Ja, komm da. Und... Yes! Woho! Oh, mit dem letzten Leben dieses Scheiß-Level noch geschafft. Oh, ich war das nicht. Okay. Mach's da, ich jetzt mein letztes Leben habe, wenn ich es noch so weiter. Weiter machen. Ach, du Güte, Güte. Bis ich auch jenes noch verloren habe. Glaube ich. Oh, so. Wir sind im Interieur des Schlosses. Also, ich glaube, das ist das letzte Level, was ich noch kenne. Äh, die anderen drei. Äh, ja. Die. Okay, bei den, ähm, bei den Kriegern, Kämpfern, macht es auch immer. Wegen Reichweitenprobleme werde ich da einfach mal meine Peiche auspacken. Ui, die hat noch was aus. Peiche auspacken, das war eine gute Idee, weil das war... Auf diese Säule kann man übrigens nicht drauf. Das hat mich auch schon mal den Todscheibe-Kleister gerissen. So. Jetzt müssen wir wieder mal warten, bis die Plattform noch mal kommt. Ja, sehr kleine... Oh, nein! Oh, ja, so schnell kann es gehen. Ich wollte auch mal austesten, ob das Ding kaputt machen kann. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier verzweifelt versuche, durch dieses Scheiß-Level zu kommen. Boah, zu kommen mit Weihwasser her. Aber was soll ich noch ein bisschen weiter machen? Das läuft gerade so scheiße. Boah, yes. So, und wie viel verträgst du eigentlich, mein kleiner, runder Freund? Ui, ui, ui. Okay. Ui, tsch, tsch. Und rüber. Äh, nee, nee. Der muss doch mal kaputt gehen, oder sehe ich das falsch? Okay. Mach mal Weihwasser her. Ui, k. So, jetzt aber. Jetzt! Boah, und boah. Boah. Ich habe jetzt noch, yes. Und, schief. Mein Ding, bitte umhauen, danke. Hohoho. 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 Es tut mir leid, dass mein Kommentar gerade so sagt. Ich bin ein bisschen... Oh, zwei. Weih ist besser als eins. Damit kann ich zwei Weihwasserfiolen gleichzeitig trinken. So, das geht noch. Und, nein. Oh, ja, und ein. Zwei, drei. ich kann das nicht so aber jetzt mal was ich hatte es so kurz ist soll ich frisst das junge okay das ist schon mal eine ausgangsposition sag ich mal alle meine krieg zu schwimmen auf dem und bis zum nächsten mal ich kann nicht mehr